So das ist der Hocharm genannt. Hoch, nah. Das ist eine ganze super Truppe unterwegs. Rechts stehen fünf Mann und anderen kommen nur drei. Giganten Bier trinken zum Zittelhaus. Da hat sie auch einmal gebaute. Sie sieht man, die Kleine. Da zeig ich sie. Und da bin ich aufgekommen, weil das Gerödelfeld. Gerödelfeld.